Die meisten frischgebackenen Unternehmer wollen als erstes ihre Webseite basteln. Von ihr versprechen sie sich viel, vor allem neue Kunden und viele Verkäufe. Genauso wie sie es auch bei großen Firmen gesehen haben, packen sie nun jede Menge Information auf ihre Seite. Vor allem über sich selbst. In vielen Menü- und sogar unter Menüpunkten kann der potentielle Käufer erfahren, dass er es hier mit einer wichtigen Person zu tun hat. Was diese Unternehmer leider übersehen ist, dass sich die potentiellen Käufer gar nicht für ihn und seine Leistungen interessieren. Diese scannen das Netz nämlich auf der Suche nach Lösungen zu ihren Problemen. Werden sie auf einer Seite nicht fündig, sind sie ganz schnell wieder weg. Daher hier nun 3 Tipps für deine erfolgreiche Firmenseite. 1. Halte die Seite einfach und übersichtlich. Interessenten sollen sich sofort zurechtfinden, denn du hast nur wenige Sekunden Verweildauer. 2. Weiterführende Informationen gehören auf dem Blog oder auf eigene Landingpages. Auch ein kurzes Video hilft gut für den ersten Eindruck. 2. Lasse den Kunden sofort erkennen, wie du für ihn von Nutzen sein kannst. Anstatt von dir zu sprechen, sprich von ihm. 3. 3. Biete ihm klar ersichtlich ein Give-Away an. Das kann ein Video, ein E-Book oder ein Probetraining sein, das er gegen das Hinterlassen der E-Mail-Adresse bekommt. So schaffst du Vertrauen und sicherst dir seine E-Mail-Adresse für weitere Kontakte. Wie es von da aus weitergeht, erfährst du im nächsten Video. 2. 6. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 10. 11. 12. 13. 12. 13.